Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 13 und heute habe ich euch ein neues Thema mitgebracht, natürlich und zwar das Thema Umwelt. Reden wir über Umwelt und da es auch noch im Titel steht, das Thema Zelte, inwiefern das zusammenhängt, dazu komme ich dann gleich nochmal. Aber zuerst hoffe ich natürlich, dass ihr alle eine wunderschöne Woche hattet und gut durch die Woche gekommen seid, vielleicht wart ihr ja unterwegs, vielleicht habt ihr ja den ein oder anderen Berg erklimmen können, die ein oder andere Kletterroute geschafft, Wetter war ja perfekt, je nachdem wo man losgestartet ist. Naja, jedenfalls muss man über Umwelt sprechen und zwar jetzt nicht unbedingt über den Klimawandel oder auch von mir aus die Entwicklung der Gletscher, aber vor allem um das Thema Müll und Co., denn das beeinflusst unsere Umwelt ganz, ganz direkt. Natürlich Klimawandel und das alles natürlich auch, aber wir reden heute mal über das Thema abseits der Meteorologie und abseits des Klimas, sondern wir reden heute über das, was wir selbst ganz maßgeblich in den Bergen in der Hand haben und ganz maßgeblich selbst in den Bergen direkt beeinflussen und das ist nämlich vor allem der Müll. Und Müll ist etwas, was die Umwelt direkt und indirekt beeinflussen kann und betreffen kann. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, das hieß Richtiges Verhalten am Berg, da ging es auch um Müll, da ging es darum, wie lange brauchen eigentlich verschiedene Stoffe dazu, sich am Berg wieder vollständig zu zersetzen und dann dementsprechend auch keine Belastung mehr zu sein. Das dauert ziemlich lange und selbst teilweise, wenn sie zersetzt sind, sind sie eine Belastung, gerade wenn sie in der Nähe von Quellen sind und so weiter, also ganz unproblematisch ist da überhaupt nichts. Insofern, Müll ist immer schlecht in den Bergen auf jeden Fall. Natürlich unten im Tal ist das auch immer ein bisschen ein Problem, auf jeden Fall, aber gerade in den Bergen, da hat der Müll halt gar nichts verloren. Auch optisch kann man jetzt nochmal so hinzufügen, ist der Müll natürlich auch eine Katastrophe. Gut, das würde ich sagen, da sind wir uns alle einig, da kommen wir alle noch auf einen gemeinsamen Nenner. Jetzt müsste man sich nur noch fragen, warum liegt denn dann trotzdem so viel Müll in den Bergen? Und warum finde ich jedes Mal, wenn ich auf meinen Hausberg gehe, irgendwo Taschentücher oder Verpackungen oder Essensreste oder auch so klassische Müsli-Riegel-Folien und so Geschichten? Warum finde ich das denn da überall und was sollen wir denn dagegen tun? Und meine erste Überlegung wäre, na gut, lassen wir das doch einfach. Räumen wir unseren Müll doch einfach weg. Warum machen das denn die anderen nicht? Und ich glaube, dass es gar nicht so wenige Bergsteiger gibt, die nicht naturverbunden sind und die nicht den Respekt gegenüber der Natur haben. Ich glaube, dass das die Mehrzahl ist, auf jeden Fall. Aber zweierlei Probleme treffen da natürlich aufeinander. Einerseits die Tatsache, dass wir in den Bergen natürlich eher die sehen, die den Dreck machen, als die, die ihn nicht machen, logischerweise. Und dann haben wir natürlich das Gefühl, jeder macht Müll. Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Es sind nur ganz wenige. Wenn jeder Müll machen würde, dann hätten wir sowieso eine große Katastrophe. Dementsprechend kann man sagen, es ist ja eigentlich nur eine kleine Masse. Und das zweite Problem ist natürlich, er fällt unglaublich stark auf. Also die optische Beeinflussung an den Bergen, die ist definitiv gegeben. Und insofern, klar, das stört dann auch. Und jetzt gibt es Initiativen, zum Beispiel in der Nordkette, da wird einmal im Jahr, meine ich, in Innsbruck eine Müllsammelaktion gestartet. Da kann jeder freiwillig mithelfen und die Nordkette wieder aufräumen. Das ist meistens so, nach dem Winter, Anfang des Frühlings, wenn der Schnee oben weggeschmolzen ist und die Skipiste geschlossen hat, dann fängt hier das große Müllsammeln an. Und dem Ganzen gegenüber bin ich gar nicht negativ eingestellt. Ich finde das toll, dass sich dann so viele Freiwillige finden und da mithelfen und gemeinsam mit der Nordkette, also mit der Organisation hinter dem ganzen Skispektakel und Liftspektakel, dann da anfangen aufzuräumen. Und natürlich begleitet mich dabei so ein bisschen der Gedanke, warum macht das die Nordkette eigentlich nicht alleine und vor allen Dingen für ein Entgelt. Denn ja, es sind zwar die Hausberge der Innsbrucker, aber die Innsbrucker machen es letztlich eher selten so dreckig. Denn die wollen ja auch im Sommer darauf und wollen es da oben dann schön haben. Also ich bezweifle das ein wenig, dass die für den hauptsächlichen Dreck verantwortlich sind. Ich glaube, der Müll entsteht oftmals durch Leute, die am nächsten Tag sowieso nicht mehr da sind und sich dementsprechend darum auch nichts scheren müssen. Gut, trotzdem eine tolle Initiative, kann man unterstützen. Ich bin dafür, dass man sowas öfter macht in den Bergen. Und andererseits, natürlich kenne ich die Kritik dahinter, dass man sagt, okay, wenn wir immer wieder den Müll wegräumen, dann sehen natürlich die Verursacher auch keinen Grund dafür, das zu lassen. Denn der Müll, wir tragen ihnen quasi den Müllsack hinterher und dementsprechend, ja, was soll man dann sich großartig noch darüber aufregen, dass die Leute Müll verursachen. Denn schließlich gibt es ja immer irgendjemanden einen Deppen quasi, der es wieder wegräumt. Und ich finde diese Argumentation auf der einen Seite schlüssig, auf der anderen Seite, naja. Auf der einen Seite schlüssig finde ich sie deswegen, weil, ja, man animiert die Leute dann fast schon dazu, dass sie weiter Müll produzieren. Denn schließlich ist es egal, weil er kommt ja sowieso wieder weg. Es kümmert sich ja irgendwer darum. Andererseits, jetzt passiert das gerade eben auch nicht und es, ja, es stört die Leute trotzdem nicht, dass der Müll halt dann einfach so herumliegt. Ich weiß es nicht. Ich tue mir schwer damit, Leuten den Müll wegzuräumen, die bewusst Arschlöcher sind und die bewusst, denen das einfach egal ist und denen der Naturaspekt einfach auch egal ist. Und ich denke mir, erstens mal, es ist nicht meine Aufgabe und zweitens, wenn du dich besser benehmen würdest, dann hätte ich jetzt gar nicht die Fragestellung, was mache ich mit deinem Müll? Also das regt mich dann tierisch auf und da, weiß ich nicht, da muss man drüber reden. Also das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Der andere Gedanke war, naja, vielleicht fehlt es an Bewusstsein. Vielleicht fehlt es den Leuten an dem Wissen, dass Müll in den Bergen tatsächlich ein Problem ist. Vielleicht würden weniger Leute Müll verursachen, wenn sie wüssten, dass das nicht nur ein optisches Problem ist, was ihnen egal sein kann, weil sie am nächsten Tag vielleicht nie wieder kommen. Aber es ist eben auch ein ökologisches Problem und dieses ökologische Problem wird halt leider aktuell oft vernachlässigt. Und natürlich gibt es mittlerweile auch vom Alpenverein immer mehr Schilder dazu. Der Alpenverein, der stellt überall seine Schilder auf, wo dann steht, ja, hier nicht Müll abwerfen, sondern Müll wieder mit nach unten nehmen. Und das steht ja auch mittlerweile auf allen Hütten und auch in den ganzen Besseren, wo die Infrastruktur etwas besser ist. Da stehen auch immer wieder mal Schilder herum, auch von den Forstbetrieben etc. Also es wird ja das Möglichste getan, um den Menschen zu erklären, dass Müll eine Katastrophe am Berg ist. Und funktioniert es? Nein, es funktioniert nicht. Ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt nicht noch mehr Müll wäre, wenn diese ganzen Schilder nicht existieren würden. Aber ich würde jetzt mal mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass die Leute, die den Müll produzieren, diese Schilder auch gar nicht lesen. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass die Menschen rücksichtslos sind und das auch ganz bewusst und ein Schild wird sie daran nicht hindern, rücksichtslos zu sein. Und ich glaube, vielleicht müsste man Strafen, hohe Strafen dafür einführen, dass man Müll in den Bergen liegen lässt. Die gibt es meines Wissens sogar schon. Aber ich glaube nicht, dass man das eben konsequent durchsetzen kann. Denn dann müssten wir sozusagen einen Polizeiberg draus machen aus jedem Berg, wo die Polizei patrouilliert und kontrolliert. Ja, wie wollen wir das machen? Naja, gar nicht. Und damit stehen wir natürlich jetzt vor einem großen Dilemma und es fehlen Ideen, es fehlen Antworten auf Fragen, was sollen wir denn konkret gegen den Müll machen. Und ich persönlich, ich hasse den Müll in den Bergen. Und viele sagen mir dann immer, naja, dann geh halt nicht auf die Modeberge. Das mache ich sowieso nicht. Aber wenn ich auf die Modeberge gehe, weil ich diese Berge zufällig einfach schön finde, dann ist das für mich trotzdem ein Problem. Denn ich fühle mich insofern eingeschränkt, als dass ich nicht auf den Berg gehen kann, auf den ich möchte, wenn ich nicht die ganze Zeit durch den Müll warten möchte. Und das ist für mich inakzeptabel. Und wenn mir jemand erklärt, dass ich am Weg ja jetzt den ganzen Müll mitnehmen und einsammeln kann, dann ist das ja richtig und das mache ich auch immer wieder mal. Aber das ist eben auch nicht der Grund, warum ich dort bin. Also ich bin ja nicht zum Müllsammeln gekommen, ich bin für die Bergerfahrung gekommen. Und ich verstehe nicht, wie man das lösen könnte. Also ich habe nicht mal ansatzweise eine Idee. Und genau deswegen ist diese Podcast-Episode für mich auch so wichtig. Ich habe gar keine Antwort drauf, aber vielleicht habt ihr ja eine Antwort drauf. Vielleicht seid ihr ja deutlich schlauer als ich und könnt da etwas dazu sagen, wie man vielleicht diese Müllproblematik irgendwie in den Griff kriegen könnte. Und wie man die Leute zu etwas mehr Bewusstsein bringen kann, dass sie vielleicht einfach mehr darüber nachdenken, bevor sie irgendeine Handlung in den Bergen setzen, was das Thema Müll betrifft. Umwelt ist natürlich ein großer Begriff. Da steckt viel dahinter. Der Umweltschutz, der ist vor allen Dingen für den Alpenverein, also für die alpinen Vereine und für alle interessant, die die Infrastruktur in den Alpen betreuen. Denn die verdienen auch etwas damit. Aber was oft vernachlässigt wird, ist, dass ja nicht nur der Tourist oder der Bergsteiger ein Müllproblem unter Anführungszeichen ist oder ein Müllproblem sein kann, sondern die Infrastruktur selber ebenfalls. Wenn wir uns überlegen, wie viel Energie und wie viel CO2 und wie viel Feinstaub dabei entsteht, wenn wir eine Forststraße oder eine Straße im Allgemeinen irgendwo auf einen Berg rauflegen, dann ist das schon ziemlich brutal. Also wir reden hier nämlich davon, dass es nicht wie bei einer normalen Straße im Tal zu einer einmaligen kurzen Angelegenheit wird, sondern das ist mühsam. Da braucht man Kräne, da braucht man viele Lastwagen, da braucht man viel mehr Equipment im Allgemeinen, um das so bewerkstelligen zu können. Ich denke da zum Beispiel ins Kühtei hinein, da gibt es ja jetzt den Ausbau des Speichers und dieser Speicher, da wird viel gearbeitet logischerweise. Und das ist jetzt zwar keine Forststraße, aber wenn man da mal einen Tag im Sommer zusieht, was da alles los ist an Baubetrieb und da ist das Kühtei eingenebelt voller Staub, den die LKWs aufwirbeln, das ist im Allgemeinen einfach eine Katastrophe und das ist für die Berglandschaft natürlich genauso schlecht wie für die Atmosphäre. Aber deswegen Infrastruktur, darauf möchte ich eigentlich hinaus, Infrastruktur fördert auch diese ganze Müllproblematik und vor allen Dingen die ganze CO2- und Feinstaubbelastung. Also wir machen uns mit der Nutzung von viel Infrastruktur genauso mitschuldig an einem Klimawandel oder an einer Umweltverschmutzung wie wenn wir in den Bergen Müll fallen lassen. Also das ist eigentlich eins zu eins dasselbe. Nur einmal hat es eben wer anderer schon für uns gemacht und einmal machen wir es direkt selber. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen radikal an, aber ich möchte mich jetzt gar nicht so in die Ecke treiben, mich selbst in die Ecke treiben, dass ich ein Umweltschutz-Fanatiker wäre oder irgendein Greenpeace-Aktivist, der sich an Bäume kettet. Überhaupt nicht. Ich bin der Meinung, Umweltschutz sollte betrieben werden, aber er sollte natürlich auch praktikabel bleiben und er sollte auch umsetzbar sein. Also nur meckern, das reicht nicht, das braucht auch gute Ideen. Deswegen, ja gut, was machen wir denn mit dem ganzen Müll in den Bergen? Aber, und da kommen wir jetzt noch zum Punkt 3, die Hütten. Die sind ebenfalls so eine kleine oder auch große, je nachdem. Natürlich bei der Errichtung der Hütten versteht sich von selber. Da wird natürlich richtig viel gebaut. Das kostet richtig viel Energie. Aber die Hütten haben ja auch unfassbar viele Funktionen und Zwecke und sie werden regelmäßig renoviert, damit sie auch wieder etwas effizienter arbeiten. Und das ist natürlich dann eben wieder gut. Insofern kann man da gar nicht so viel Negatives sagen. Aber Hütten verleiten natürlich auch dazu, viel Müll zu produzieren. Und dieser Müll landet natürlich entweder im Tal oder ganz schlimm ist es natürlich, wenn der irgendwo mit der Materialseilbahn dann irgendwo runtergebracht wird und irgendwo liegen gelassen wird oder runterfällt oder sonst was. Also ich sage nicht, dass das oft passiert. Ich sage nur, das kann passieren. Und dieser Müll, der auf den Hütten anfällt, das ist nochmal zusätzlicher Müll, der hoffentlich, man weiß es nicht, aber man kann es nur hoffen, immer sachgerecht entsorgt wird. Und wenn das nicht passiert, ist es natürlich genauso ein Problem. Aber es passiert wahrscheinlich sehr, sehr selten. Trotzdem, es gibt da jetzt keine große Kontrolle diesbezüglich. Andere Berge haben das sehr viel spannender gelöst. Und das fand ich wirklich interessant, dass ich mich das erste Mal zum Thema Aconcagua zum Beispiel informiert habe. Das funktioniert übrigens auf vielen Bergen im Himalaya genauso. Aber nur als Beispiel jetzt mal der Aconcagua. Aconcagua in Südamerika, das ist der höchste Berg Südamerikas und der höchste Berg der südlichen Hemisphäre. Auf diesem Berg, da gibt es ein Reglement, das besagt, dass du einen Müllsack bekommst. Und dieser Müllsack, der muss mit dem gesamten Müll gefüllt werden. Und wenn du wieder zurückkommst, dann kann es sein, dass du dabei kontrolliert wirst, was da alles an Müll drinnen ist und ob sich das irgendwie ausgeht mit deiner eigenen Zeit, die du oben warst und mit deinem Verbrauch und so weiter. Das muss nicht sein, aber das kann sein. Und wenn das nicht zusammenstimmt, dann zahlst du sehr empfindliche Strafen. Natürlich ist es jetzt eine geschätzte Art. Also wir können hier nicht berechnen, ob der jetzt wirklich all seinen Müll oben auch wieder eingepackt hat oder ob er Teile davon wieder weggeschmissen hat oder sonst was. Aber es macht von Haus aus gleich viel weniger Sinn, den Müll am Berg zu entsorgen. Denn ich habe einen Müllsack bekommen und ich habe die Auflage, dass ich diesen Müll da reinpacken soll, weil das wird kontrolliert. Und wenn da was unstimmig sein sollte, dann zahle ich empfindlich hohe Strafen. Das alles ist schon mal so ein erster Gedanke, wo viele Leute wahrscheinlich sagen würden, okay, das riskiere ich nicht. Ist das in den Alpen umsetzbar? Naja, ich weiß nicht. Also ich glaube oder ich befürchte, dass es nicht umsetzbar ist, denn wir haben einfach sehr, sehr viele Berge und wir haben sehr viele Modeberge auch. und wir haben auf jedem Berg irgendwie Müll herumliegen und nur auf sehr, sehr wenigen keinen Müll herumliegen. Und wir können jetzt nicht unbedingt vor jedem Berg einen Kontrollposten aufstellen. Und ich glaube, das würde das Bergerlebnis auch über die Zeit, wenn ich jetzt als jemand, der in den Alpen wohnt und dadurch quasi jeden Tag hier unterwegs ist oder fast jeden Tag hier unterwegs ist, würde das ganze Erlebnis auch ein bisschen anstrengend machen. und ja, man müsste da halt dann auch wieder viel Geld investieren in Kontrolle und ähnliches und ich glaube, dass dazu halt niemand bereit ist in den Alpen. Also kein Alpenverein wird das machen und auch kein Staat wird das machen, denn es hört sich dann alles auch so touristfeindlich an, aber in Wirklichkeit wäre es halt notwendig. Also naja, man müsste da vielleicht mal drüber nachdenken. Wie gesagt, Ideen braucht es noch und nöcher, um dieser Müllproblematik Herr zu werden. Warum der Müll so ein Problem ist, wie gesagt, ich habe dazu schon mal ein Video am YouTube-Kanal gemacht und es ist schon eine Weile her, aber es ist genauso aktuell wie damals und ich würde sagen, gerade in den Skigebieten zum Beispiel ist das nochmal ein viel, viel größeres Problem. Ich kenne Bilder von Ischgl zum Beispiel nach einer Skisaison, also nach einer regulären Skisaison, nicht nach einer Corona-Skisaison, wo wirklich Müllberge auf den Pisten, auf den abgeschmolzenen Pisten liegen und da dreht sich mir ehrlich gesagt alles um. Da habe ich einfach überhaupt kein Verständnis dafür und natürlich, man weiß nicht, sind es Einheimische, sind es Touristen, sind es Deutsche, Russen, Chinesen, Österreicher, Schweizer, wie auch immer und das macht auch überhaupt keinen Unterschied. Wir müssen alle Leute hier in den Alpen gleichermaßen unter Anführungszeichen erziehen. Die Leute, die es nicht können, die müssen erzogen werden, denn das ist nun mal das Sein der Gemeinschaft am Berg, dass wir uns alle an Spielregeln halten und Müll wieder mit ins Tal nehmen. Das ist die fundamentalste und grundsätzlichste Spielregel in den Bergen, die es gibt und auch wenn wir in einem Skigebiet sind, sollten wir nicht das Gefühl haben, dass wir hier im Halligalli-Zirkus sind, so wie das leider in vielen Skigebieten in Tirol ganz üblich ist und ganz beliebt ist, sondern wir sollten wieder das Gefühl haben, okay, wir sind hier im Gebirge, wir nutzen zwar Infrastruktur, die ins Gebirge hineingebaut worden ist, kann man jetzt davon halten, was man möchte, aber wir, das ist jetzt Fakt, aber wir können uns trotzdem an die Spielregeln des Hochgebirges halten, auch wenn wir Infrastruktur nutzen. Und das ist ein Aspekt, der mir doch öfter auffällt, wenn man in den Bergen unterwegs ist und die Infrastruktur in den Bergen nutzt, ist man eher dazu verleitet, dass man Müll auch liegen lässt. Also, oder um es anders zu formulieren, die Berge, auf denen sehr viel Infrastruktur verbaut wurde, also viele Lifte, die auch im Sommer fahren, wo man bis hoch nach oben fahren kann und dann dort spazieren gehen kann oder so, die sind viel anfälliger für Müll, weil man ja auch das Gefühl hat, dass der Müllabtransport viel, viel leichter und viel selbstverständlicher ist. Außerdem gehen ja Leute nur dann auf Berge ohne Infrastruktur, wenn sie sich näher mit der Thematik Berg beschäftigt haben und dementsprechend auch wissen, dass das ganz schön schlecht ist, wenn wir den Müll da liegen lassen. Und deswegen glaube ich, dass es auf den Modebergen schlimmer ist, als auf den Nicht-Modebergen und dass es auf Bergen mit sehr viel Infrastruktur schlimmer ist, als auf komplett abgelegenen Bergen ohne irgendeine Infrastruktur. Und da reicht, glaube ich, meiner Meinung nach auch schon eine Forststraße aus, um diesen Gedanken zu projizieren, dass es eigentlich eh ganz einfach ist, den ganzen Müll wieder zusammenzuhalten. Und vielleicht wird da auch so ein bisschen was von der Großstadt-Idee übertragen, dass, naja, in der Großstadt, da gibt es ja auch den Straßendienst und der fegt einmal im Morgen über die ganzen Straßen drüber und nimmt den ganzen Müll wieder weg, mit der sozusagen einfach fallen gelassen wurde. Und natürlich sollte er in Müll, in Mistkübeln landen, aber wenn er das nicht tut, naja, mein Gott, hebt ja wer auf, insofern egal. Das, glaube ich, denken sich schon viele und wenn man das natürlich dann auf den Berg überträgt, wo es eben keine Mülleimer gibt, wobei, muss man sagen, auf manchen Bergen gibt es mittlerweile Mülleimer und das finde ich absolut besorgniserregend, also den Gedanken finde ich absolut besorgniserregend, dann ist das natürlich ein Problem, wenn man diesen Gedanken so weiterspinnt und dahin überträgt. Und wenn wir jetzt aber so ein bisschen darüber nachdenken, was können wir in puncto Umwelt denn so machen, dann kommt noch das Thema Zelte ins Spiel und da möchte ich jetzt nochmal ein bisschen ausholen, das ist ein Thema, das mich sehr betrifft oder das mich sehr berührt, denn ich bin der Meinung, dass hier viel falsch gemacht wurde in der Vergangenheit und dass man auch kein Interesse daran hat, das zu korrigieren. Worum geht es denn konkret? Die Zelte wurden in den Alpen vor einigen Jahren absolut verbannt, also hier im österreichischen Raum verbannt. Zelten darf man in Österreich in fast keinem Bundesland mehr, in den Bundesländern, in denen die Alpen mehr oder weniger groß präsent sind, darf man es definitiv nicht, sondern nur in den Randgebieten der Alpen, wo die Bundesländer eigentlich Flachland sind, da gibt es teilweise Bundesländer, in denen es geduldet wird oder zumindest vereinfacht ist, das zu tun, aber in allen anderen Bundesländern ist es überall strikt verboten, auch im alpinen Raum. Wir reden jetzt nur vom alpinen Raum, nicht von unten von der Zivilisation, da ist es ja klar. Der alpine Raum, wie wurde das denn damals gemacht? Naja, es ging darum, dass man die Müllproblematik in den Bergen erkannt hat und dem Ganzen von der touristischen Seite Herr werden wollte. Und es gab auch immer mehr Backpacker und so weiter. Und dann hat man sich überlegt, woher kommt das Phänomen Müll und statt dass man draufgekommen ist, dass die Leute einfach dumm sind, hat man sich gedacht, naja, wir könnten ja etwas machen, Achtung, jetzt wird es hier ein bisschen politisch, wir könnten ja was machen, dass wir das Müllproblem als Strohmann-Argument vorschieben und in Wirklichkeit unsere Einnahmequellen, unsere wirtschaftliche Situation in den Bergen verbessern. Und das werfe ich, ich weiß leider nicht mehr, welche Regierung das in Österreich damals war, ich bin mir da nicht mehr sicher, aber jedenfalls, deswegen möchte ich da jetzt keine Namen nennen und niemanden an den Pranger stellen, aber das war jedenfalls damals Fakt, gesagt, wir wollen ein Verbot für das Zelten und das Feuer machen im offenen Raum und so weiter und auch im alpinen Raum und gerade beim Thema Feuer, gut, da können wir wirklich drüber streiten und da bin ich auch der Meinung, da könnte man sehr, sehr viele Verbote einsetzen, denn wir haben ein, gerade im Hochsommer, eine akute Waldbrandgefahr mehr oder weniger jeden Tag. Deswegen, das ist in Ordnung so für mich. Aber die Geschichte mit den Zelten, die hat definitiv einen sehr wirtschaftlichen Hintergrund und tatsächlich vorgeschoben wird der Müllgrund und ich finde, das ist Bürgerverarschung noch und nöcher. Und jetzt muss man ehrlicherweise und harterweise sagen, wer hat damals die Regierung bezüglich dieses Gesetzes beraten? Naja, der Alpenverein. Und naja, den Alpenverein fragen, ob man das Zelten in den Bergen verbieten sollte und ob das irgendwie gut wäre, wenn wir das machen, das ist so ein bisschen wie, die, naja, den Händler, wenn man in den Einzelhandel hineingeht, fragen, ob man die Ware, bevor man rausgeht, auch noch bezahlen sollte oder ob ich einfach so gehen kann. Also wenn ich schon etwas mache, was absoluter Blödsinn ist, dann, ähm, naja, dann sollte ich mir nicht vielleicht Unterstützung von jemandem holen oder dann sollte ich mir nicht den Rat von jemandem holen, dessen Meinung ich wahrscheinlich schon vorher kenne und der diesbezüglich sehr befangen sein wird. Weil der Kassierer wird mir natürlich erklären, dass ich meine Waren zu bezahlen habe, denn schließlich profitiert er davon, wenn ich die Ware zu bezahlen habe. Und der Alpenverein profitiert maßgeblich davon, wenn der, wenn das Zelten in den Bergen verboten ist. Das möchte ich euch kurz mal näher erklären. Der Alpenverein stellt in ihm, also der deutsche und der österreichische Alpenverein und die Naturfreunde selbstverständlich auch, also alle alpinen Vereine im Großen und Ganzen, die profitieren maßgeblich von den Hüttennächtigungen. Das ist eine Haupteinnahmequelle und vor allen Dingen von den Konsumationen auf den Hütten. Also immer wenn ihr was esst oder trinkt, dann profitiert ihr ebenfalls der Alpenverein oder die Naturfreunde oder eben die alpinen Vereine davon. Das ist natürlich für die alpinen Vereine ein Problem, wenn dann plötzlich irgendwo ein Zelt steht. Mit dem verdienen wir ja kein Geld. Das ist ja katastrophal. Und das Schöne ist, dass jetzt hier dieses Strohmann-Argument vorgeschoben werden kann. Das Müllproblem. Und ich frage mich immer, ob jemand, der mit einem teuren Zelt in den Hoch, im Hochgebirge anrückt, dann großartigen Müll verursachen wird. Ich, ja, es könnte natürlich sein, auf jeden Fall, aber ich glaube es nicht. Und vor allen Dingen, was eben das ganze Argument obsolet macht, ist natürlich die Tatsache, dass wir das Müllproblem doch eh schon haben. Und die Frage ist, würde es wirklich maßgeblich schlimmer werden? Denn die rücksichtslosen Arschlöcher, die lassen ihren Müll doch ohnehin in den Bergen liegen. Also das passiert ja jetzt auch. Es wird dagegen ja auch nichts getan. Aber die Leute, die mit Hirn unterwegs sind und ihren Müll wieder mit ins Tal nehmen, warum sollten die das denn nicht machen, wenn sie in einem Zelt schlafen? Ich glaube daran nicht. Keine Sekunde. Wenn ihr ein gutes Argument habt, warum ihr sagt, okay, das Zelten in den Bergen ist verboten, weil, weiß ich nicht, das ist ein großes Müllproblem, dann sagt mir gerne ein Argument dafür, schreibt es mir gerne an kontakt.alpenacademy.at oder schreibt es mir gerne in die YouTube-Kommentare. Ich kenne kein echtes Argument dafür, warum das Zelten verboten ist, außer einem wirtschaftlichen. Und wie gesagt, dass man den Alpenverein damals in diese Frage einbezogen hat, oder die Alpinenvereine in diese Frage einbezogen hat, ist meiner Meinung nach eine dumme Aktion gewesen. Da hätte man sich selber ein bisschen mehr Gedanken drüber machen müssen. Aber natürlich hat es dem Tourismus damals ja auch in die Karten gespielt. Also das Tourismusministerium hätte damals ja nicht gesagt, okay, nein, wir erlauben das Zelten, weil die haben ja genauso ein wirtschaftliches Interesse wie der Alpenverein. Die sitzen da ja verbandelt in einem Raum und stimmen sich gegenseitig natürlich zu und applaudieren sich alle beim Nicken, denn schließlich geht es für beide um viel Geld. Und das Zelten, das bringt niemandem Geld. Aber jetzt kommt der Punkt, der für mich Zelten und Müll in eine Verbindung bringt. Wer richtig zeltet, verursacht viel weniger Müll. Denn wenn ich eine Hütteninfrastruktur nutze, dann bin ich natürlich indirekt für die Infrastruktur der Hütte verantwortlich, denn ich mache mich sozusagen zum Mittäter und ja, ich weiß, man könnte sagen, ja gut, hätte ich den Hüttenplatz nicht verwendet, hätte ich nebenbei anderer verwendet, aber wenn wir das alle machen würden, dann hätte den Hüttenplatz wahrscheinlich keiner verwendet. Und dementsprechend, die Hütten würden, die Hütten würden für mich dann keinen Müll produzieren, sondern ich würde meinen eigenen Müll produzieren. Und wenn Hütten regelmäßig die Betten und die Matratzen und die Bezüge ausfliegen mit dem Helikopter, um sie waschen zu lassen, weil das hin und wieder einfach notwendig ist, das passiert in den Hütten eh sehr, sehr selten, aber wenn es passiert, dann ist das natürlich extrem aufwendig und das könnte man sich dann natürlich sparen. Hütten müssten nicht mehr unfassbar ausgebaut werden, denn auch eine große, große Lüge, Hütten werden nicht nur renoviert, sie werden in erster Linie ausgebaut, weil der Zustrom immer mehr wird, aber wie sollen wir denn sonst in die großen Berge, in die hohen Berge, in die langgezogenen Gebirgsketten kommen? Man hat uns ja jeglichen Weg genommen, dort hinzukommen. Und ich finde, das ist eine Frechheit, ich finde, das ist die größte Frechheit seit Jahren. Und das Tolle ist, das Tolle ist, keine Sau hält sich daran. Wir haben ein Gesetz für niemanden, denn das Zelten ist in den Alpen zwar verboten und sehr, sehr viele machen es aufgrund der Tatsache, dass es verboten ist, eben nicht, aber ganz viele machen es auch einfach. Die setzen sich halt dann einfach irgendwo in das verwinkelste Eck und machen es dann trotzdem. Und interessanterweise glaube ich nicht, dass diese Schwarzzelter sozusagen, diese illegalen Camper in den Alpen jetzt viel Müll hinterlassen, denn sonst hätten wir ja schon ein viel, viel größeres Müllproblem. Also die Argumentation hier seitens des Gesetzgebers, seitens der Alpinen Vereine, die hinkt an jedem Eck, an jedem Ende. Das ist natürlich absolut lächerlich. Und das Interessante ist natürlich, dass man im Alpinen Raum ja kleine Löcher und Lücken lassen musste. Das Notbivakieren zum Beispiel ist natürlich nicht verboten. Es gab aber keine vernünftige Argumentation und keine vernünftige Erklärung für den Begriff Notbivak. Das bedeutet, in Wirklichkeit könnte man fast alles als Notbivak deklarieren, was zumindest kein Zelt beinhaltet. Und selbst mit Zelt wird es die wenigsten Leute stören. Aber, dass man Leute in einen Rechtsbruch einwickelt, der einfach komplett hirnrissig ist, der nicht einfach, nicht weil es meine Meinung ist, sondern weil es objektiv auf jeglicher Ebene, auf der Umweltebene, auf der gesetzlichen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene eine hirnrissige Schwachsinnsidee ist. Das ist einfach, das ist einfach Fakt und deswegen bin ich der Meinung, dass das gehört weg, dieses Gesetz gehört weg, das muss überschrieben werden, das muss überarbeitet werden, denn wir haben ein Problem und das wird in den nächsten zwei bis fünf Jahren eine Katastrophe, denn es hat sich in den letzten ein, zwei Jahren zu einer Katastrophe entwickelt, nämlich unsere Hütten sind alle voll, randvoll, komplett dicht mit Menschen. Und die Alpen über die Hütten zu limitieren, das geht gar nicht. Wenn ich als Alpinist nicht weiß, ob ich nächste Woche oder in zwei Wochen Zeit habe, und das spontan entscheiden muss, dann kriege ich in den ganzen Alpen hier in Tirol auf keiner einzigen Hütte noch einen Platz, nicht mal unterm Kachelofen, also nirgends. Und dementsprechend finde ich das eine Frechheit, wenn ich, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe und weil ich keinen Urlaub zum Beispiel plane, sondern einfach spontan, weil ich hier wohne, eine kurze Zweitagestour machen möchte, dass ich dann unter Anführungszeichen darunter leide, weil alle Hütten immer ausgebucht sind. Und ich habe das letztes Jahr schon komplett katastrophal gefunden, dass die Hütten teilweise sechs Monate im Voraus voll waren. Nicht im Sinne von erste Buchungen voll, komplett voll und das ist übrigens kein Ausspruch gegen den Tourismus. Ich habe nichts dagegen, dass Leute Urlaub in den Alpen machen. Ich finde das schön, kommen wir doch zusammen. Das ist doch eine tolle Gelegenheit, um sich auch aus unterschiedlichen Kulturen und so weiter kennenzulernen. Ist doch eine tolle Gelegenheit. Aber dann muss der Gesetzgeber da flexibel sein und sagen, okay, ihr seid zwar, also wenn die Hütten voll sind zum Beispiel, dann ist es erlaubt, dass man sich auch mit dem Zelt oder zumindest anderweitig irgendwie vielleicht auch einfach nur mit Schlafsack und Biwaksack irgendwo hinlegt und dort übernachtet. Denn mir, den Erholungsraum Alpen indirekt zu nehmen als Gesetzgeber, das ist das Letzte. Das ist wirklich das Letzte. Und letztlich das Müllargument, ich bleibe dabei, dass das fadenscheinig ist, ich bleibe dabei, dass das ein Strohmann-Argument ist, das man aufgestellt hat, um irgendwie ein wirtschaftliches Interesse durchzusetzen. Und ganz ehrlich, die Hütten, die verdienen sich dumm und dämlich und der Alpenverein verdient sich dumm und dämlich und die Naturfreunde verdienen sich dumm und dämlich und durch die Röhre schauen dann die, die einen nachhaltigen Tourismus fördern wollen, indem sie ihren Müll immer, immer, immer wieder mitnehmen und einfach mit dem Zelt eine möglichst nachhaltige Form gefunden hätten, mit der man Urlaub unter Anführungszeichen machen könnte, in der man Nächtigungen machen könnte in den Bergen und so wird man kriminalisiert. Ich bin froh, dass es oftmals eben nicht so ausartet, dass man dann tatsächlich mit Anzeigen rechnen muss oder ähnliches, aber die Message, die Message, die hier vom Gesetzgeber, aber auch von den alpinen Vereinen durchgesetzt wird, die soll klar sein. Ihr, ihr Leute, die kein Geld für uns mitbringen, ihr seid richtiger Abschaum und ihr seid Verbrecher und das sollte möglichst klar durchgesetzt sein und dass dieses, und ich bin noch gar nicht dazu gekommen, wie schwammig dieses Gesetz ist, ich könnte euch mal Gesetzesauszüge vorlesen und die im Einzelnen zerlegen, wie absurd dumm die sind und wie weit weg von der Realität die sind, also teilweise absolut nur noch zum am Kopf greifen und da frage ich mich dann manchmal echt, da haben Alpine Vereine mitberaten, leckt mich am Arsch, das kann ja nicht euer Ernst sein. Also, ja, da könnte man noch mal einen riesen Fass aufmachen, aber, naja, für den heutigen Tag ist es schon wieder Zeit, dass wir uns wieder etwas beruhigen, also ich mich, ihr seid wahrscheinlich nicht so aufgeregt wie ich, aber wenn ich über dieses Thema Müll und Umwelt und vor allen Dingen das Zelten nachdenke, da werde ich immer etwas unrund, naja, aber jetzt wird es wieder Zeit, etwas herunterzukommen, ich hoffe, ihr habt die kommende Woche eine wunderschöne Zeit, ihr verbringt sie irgendwie nett, vielleicht sogar in den Bergen, vielleicht sieht man sich ja zufällig irgendwo, wäre doch mal ganz lustig. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheim! und und Untertitelung des ZDF, 2020